Okay, das müsste ich ausprobieren. Ob die Explosion... Er wird ihn nicht anziehen wahrscheinlich, aber vielleicht macht die Explosion Schaden. Müsste ich ausprobieren. Ja, die Idee ist nicht schlecht, das habe ich noch nie probiert. Ausprobieren. Jetzt habe ich... Warte mal. Fuck. Ah, ist gut. Ich wollte was probieren. Mann. Kugeln. Wait, von hinten auf? Oh Gott. Warum ist er schon da? Ich habe keine Ahnung, aber ich wurde gerade getroffen, weil ich mich auf den anderen fokussiert habe. Wow. Kugeln müssten eigentlich alle weg sein? Ja, ich glaube auch. Moin, hast du es jetzt bald? Oh, ja. Nice. Der andere? Fuck. Fuck. Bös. Die Attacke hat mich da umgemacht. Läuft. Komm, 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 komm. Aller. Arschloch. Der war wie... Der war übelst früh jetzt da, der Zweite. Warum auch immer. Eigentlich kommt der Zweite erst dann, wenn du... Äh, wenn hier... Wenn du dem einen Boss geniehen Schaden gemacht hast. Mhm. Ich will mal ganz kurz das... Mal gucken, ob Wutstaub was bringt. Wenn du an der Stelle bleibst, dann ja. Weil der hat ja nur einen gewissen Radius. Ja, ja, aber es kann ja nicht schaden. Nochmal 15% mehr Nachladegeschwindigkeit. Ja, das ist definitiv. Sag ich nicht, nein, oder? Oh, fuck. Ich wollte gerade ausweichen. War viel zu langsam dafür. Jetzt holt er den nämlich schon, ne? Ja, ja. Hinter uns. Von hinten? Au, what? Ach so, er hat den Mega-Swingen gemacht. Vielleicht von mir? Genau. Kannst du mich kurz... Ja. Psst, mischt er da unten? Oh, da hinten kommt der andere Boss. Guck mal hinter dir. In dem Kokon. Lol. Die Sau. Oh, wow. Okay, warte. Nee, 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 nee. Wow. Das war jetzt so dumm, Alter. Der hat auch die Kugel so scheiße dahin gepackt. Äh, egal. Ist er noch am Anfang. Also von daher. Wir fangen jetzt erst mit unserem ersten Versuch an. Ja, ja, deswegen. Das ist jetzt der erste Versuch, diesen Boss zu machen. Das ist das First Try. Ja. Wer was anderes sagt, der lügt. Das ist richtig. Schnauze. Was war da denn jetzt? Da kommen sie schon. Wait, what? Hey, naja, macht die doch noch früher. Oh, ups. Ich hab den anderen Boss rausgeholt. Ich glaub, der kommt sowieso irgendwann, ne? Ja. Oh. Oh Gott, da kommen ja die Kugeln des Todes. Oh, ich will nicht verheizt werden. Oh, fuck. Ah, ja, komm. Wow. Ich weiß. Ja, und ich bin fast doof. Oh, nee. Der Wix hat mich runtergeschmissen. Ich wollte mich grad heilen, genau, der Moment kam so, das heißt, hier, Fliegenfalle da. Also Fliegenkugel. Hm. Das war mies. Weiß ich, sniper ist nicht schlecht, aber ich kann die Kugel halt nicht aufbauen. So, I'm coming. Bist du schon drin? Nö, noch nicht, ich warte gerade. Boah, ich müsste mehr Damage machen bei den Pissnicken. Warte kurz. So, ich wechse kurz mal den Ringen. Aber das kann ich ganz gut gebrochen gerade. Ich hab Live Region. Gut gedodged. Kugeln. Tag. Zwei sind down. Alle weg. Jetzt kommt der andere. Okay. Alles klar. Kugel ist fast ab. Ja, komm, ich bin viel zu früh ausgewichen, Alter. Wow, der war gut. Der andere macht irgendwas. Ja, der macht das selber. Oh, fang, 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 fang. Oh, ich liebe noch. Dann heil dich. Der andere Boss ist ganz hinten, um den brauchst du dich gar nicht erst kümmern. Vorsicht. Ach so, der macht Kugeln. So, warte kurz. Ich muss nachlaufen. Glaub, der Boss kommt. Es bringt nichts. Ja, der findet... Oh, scheiße. Alter, du solltest dir mal irgendjemand reinpfeifen, ne? Ich wollte gerade machen, Alter. War gut, dann ist es kein Ding. Ich schaff's ja so, ne? Schaffst du's? Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Ja. Oh, ich kümmere mich um... Okay, habt ihr den anderen unterbrochen? Ich steh' mir auf der... Oh, der ist gleich tot. Komm schon! Nice. Der andere ist tot. Ich seh' ihr wollt' ich grad' sagen. Oh Gott, Kugeln! Scheiße, scheiße. Was? Die Kugeln waren sehr nah. Oh, fuck! Was? Ich bin runtergeflogen. Fuck! Er hat nicht runtergeschubst mit seinem... Oh, das braucht nix. Hey. Schaffst du? Scheiße, ich weiß nicht. Wir werden sehen. Ist ja eh nur noch der eine Boss, von daher. Ja, theoretisch kein Problem. Ich soll. Wie viel hat er noch? Knapp unter Hälfte. Oh, nee. Geben acht eh Kugeln. Da kommt die Kugel die ganze Zeit, ja okay? Wow. Gut gedoccht. Oh, scheiße. Man, diese Kugeln. Ja, die Kugeln sind wirklich nervig. Wie die Kugeln da rumgeschwirt sind an deiner Todesstelle. Ist halt scheiße, wenn die von beiden Seiten kommen. Ja, wir hatten halt wirklich den einen... Das kannst du halt, wie gesagt, zu zweit halt... Ist das echt gut, wenn beide überleben. Dann kann sich der eine um die einen Kugel kümmern, der andere um die andere. Aber vorher... Wie gesagt, die Kugel ist useless hier. Also meine Kugel, das schwarze Loch. Schade eigentlich. Ja. Weil die haftet ja nix. Wow. Kugel? Kugeln. Okay, der eine ist wieder am Leben. Oh, Aua. Voll getroffen von dieser Dreckskugel. Au! Voll getroffen vom Drecksboss. Kugel? Ja, habst du gekillt. Dankeschön. Oh, der macht irgend... Oh, nein, 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 nein. Ich war auch viel zu nah an dem Dorn. Er hat auch eine Range mit seinem Scheiß. Nice, gedocht. Ha, ha, ha. Wow, was war das denn wieder? Das können die mal öfter machen. Was? Diese Ads-Kugeln da schmeißen. Kugeln. Äh, hinter! Toll, ja, das kam ein bisschen spät, aber... Okay. Oh! Nein, nein! Bist du wieder unten? Ja, er hat mit seinem Eintenschlag mich wieder runtergeschmessen. War ich einer Kugel, äh, äh, gelottspen. Ist heißer. Stemme ich gerade wieder dämlich an. Wenn er das macht, machst du ihm aber übelst viel Damage, ne? Ja. Das ist so der einzige Weg, ihm richtig die Dorn zu machen. Ach, Mann, jetzt kam der Schrei des Todes. Kann man wirklich so nennen, ne? Schrei des Todes. Ja, ich wusste nicht, dass man eben in dieser, wenn er da irgendwas auflädt, dann extra Damage sozusagen macht. Ja, das ist halt eigentlich, wenn ich das jetzt mal so von dem einen Standpunkt aus betrachte, ist das eigentlich Waste of Ammo, wenn du ihn vorher die ganze Zeit beschießt. Ja, nee, eigentlich nicht. Ich lad dadurch halt meine großen Fälle auf. Du musst halt eigentlich auch übelst einfach machen, wenn er halt, wenn du ihn halt, wie gesagt, während der ganzen Phase immer nur den Schaden drückst. Naja, aber dauert auch ein bisschen lange, ne? Ja, das stimmt voll. Wir essen ja auch zeitig, deswegen. Als ob mich irgendeine Kugel getroffen hat. Das war wohl nicht dein Ernst. So, die Kugel. Autsch. Zweiter. Autsch. Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ja, scheiße, scheiße. Auffack, ich bin verletzt. Yes. Du hast ja eh nur Rüstungsreduzierung. Oh Gott, hab ich es doch überlebt. Ja, ich nicht. Okay, warte, ich guck. Au. Ja, also. Wow. Das war knapp. Hallo. Schon. Danke. Oh Gott. Ach, scheiße. Ich dachte, die Kugel wäre da schon weg. Ja, da ist der hinter mir. Vorsicht. Oh Gott, genau. Mann, warum hauen die da hinten mal runter? Das war so epic. Hat er dich einfach stumpf runtergehauen. Das ist mir halt zwei Mal passiert. Weil er mich mit... Er hat eben so eine Uppercut-Fähigkeit gemacht. Und genau die Fähigkeit hat mich halt runtergehauen. Weil er hat halt nicht mal einen Weak-Spot oder so. Ja, ich bin mir sicher auch schlecht, der Kopf ist oder so. Es ist ja nicht, das ist ja das Problem. Alter, der aber die Kugel treffen, ist auch nicht so einfach, ne? Ne, ne, das stimmt. Hin und. Oh, danke. Der andere ist auch schon da. Oh, ich leg mich da. Ich habe mich auf den anderen fokussiert. Ähm, ich bin tot. Achso, du bist tot, ja. Und sagt, du war immer. Ich auch. Ich dachte, das hast du gesehen. So klang es zumindest. Ne. Ich wurde von einer Kugel verfolgt. Ich wollte erst mal sagen, warum machst du die Kugel nicht weg? Aber. Hätte sich ja dann erübrigt. Ja. Jetzt, diesmal bin ich ausgerechnet. Kugeln. Yes. Was? Was? Okay, alle Kugeln weg. Nein, nicht verletzen. Oh, gar nicht. Oh, shit, das war vorbei. Jetzt kommt der andere Bongo, ey. Puh, da ist Glück. Schönen 198 hat. Oh, wow. Schön 198 hat reingedrückt. Aber sagst du auch was? Ne. Bin gerade konzentriert. Schatz. Kugeln. ja danke eine kugel der eine mann wir hatten es fast das war so gut bei den einen was habe ich fast komplett kaputt gehauen aber genau in dem moment hatte ich auch keine money mehr ich glaube man muss wenn wenn der wieder diesen schrei auflädt müssen wir beide auf einen boss schießen ja weil da macht man ihn einfach schon kaputt das soll ich dachte jetzt gerade er würde links machen die kugeln weg oh gott der andere kommt den schrei vor schön ich habe keinen dann ist der andere aber erstmal weg kugel hat mich getroffen ok ja gut beton kugel hinter der nachkommt steht er schnell wieder aufziehen schießen diese kugeln der krebs auch immer blöde an normal die länger so ein kampf dauert desto blöder stellt man sich an und irgendwann weil jemand denkt halt so ja jetzt kann man wie die werden und so und dann der haste salat wie auch immer ich das gedacht habe weil ich war eigentlich viel zu spät dran kugeln ja und der zweite ist auch schon mal das war knapp aber ich will nicht runter zwischen zwei bossen gefangen zu sein ist nicht nett deine bokehlein schreit ja ja abgebrochen ich habe ja dann auch abgebrochen kugeln ok wenn dabei hallo ich will die kugel treffen einmal der kugel da kommt ja alle weg ja geschmissen scheiße das war so unfair gerade ich bin getötet worden war auf der kante und der strahl hat mich an den scherzen geschobst die einer ist tot wie du wirst dich davon getroffen scheiße kugeln das problem ist ich kann ich habe keine freie kamera und kann nicht hinterlegt das war nicht schon wieder kugeln nein na gut neun ach ärgerlich ich hätte es überlebt also nur ist ja nicht allzu schwer aber ist das trotzdem nervig wenn die ganze kugel so warum halt sind es mehr kugeln oder genauso viel glaube es sind genauso viele wenn ich sogar vielleicht ein bisschen weniger nämlich alles runter noch gucken leuchten schon hier in jetzt hinter uns sind weg der zweite ist da er macht was er ließ einen schrei auf ja denn ein habe ich abgebrochen schaffe ich nicht als ob ich das nicht geschafft habe ich habe auch keine krit gerissen oder so ne also kann ich hatte einen krit aber ich weiß nicht vielleicht muss man irgendwie perfekt stehen dafür damit man das macht oder irgendwie an der front synchron runter alter jetzt wird's der try was war das denn jetzt auf deinen schultern ich kann ich gucke auf den anderen er ist ein schrei er macht seinen schrei ok perfekt weiß der eine geht nach hinten ok kugeln ja ich sehe es so alle kugeln von linken seiten dort und am ende auch ok ist der andere was das war schönheit scheiße ein 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 ich muss mal die munition einsammeln da ja ja macht das ich bin dauernd nein nein kam zu spät da bin ich schon gerannt ich wollte gerade sagen so bleibt da hinten dann können wir den dings machen der war jetzt wie es alter synchron ausgewichtet kugel trade kugel weg der andere kommt also manchmal mache ich komischerweise irgendwie manche mal ich habe auch voll viel damage ganz komisch okay er liegt auf 1000 283 gesehen holi die anderen waren auch alle 800 noch was das war das so schön ok kugeln scheiße ich habe keine moni egal für die kugel danke weil ich gerade nachladen musste alles hier ist ja alles jetzt soll ich denn dahin der eine macht dass der andere das ist doch scheiße ach komm legt mich doch am angst ich mach kurz seit einem post da ja der andere kommt zu dir der schreibt der lied auf hallo ich will ich weiß ob gott nein habe ich den ersten ausgerichtet vornehmen ich ätzend trich ätzend sie die scheiße ok cool das ist sehr schön ich muss ein herz nehmen ja alles gut ich habe noch drei herzen kugeln kugeln was no freaking fucking way bist du tot ja er hat mich runter geschossen obwohl ich ausgeglichen bin egal das schaffst du naja sagen sie alle huja genau da bin ich auch ausgeglichen er hat mich trotzdem irgendwie mit dem strahl erwischt ich habe keine ahnung wie egal schaffst du ha 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 ARD Text im Auftrag von Funk